Wir haben heute schon eine Fokusstrategie, wir haben den Samstag, den 12. Februar 2022. Ich habe wieder angefangen Hörbücher zu hören, also ich habe die Arbeit ein wenig abwechselt. Um mir die Arbeit auch selber angenehmer zu gestalten. Wir starten mit dem Einlesen von Literatur, und zwar nennt sich das Das pelastische Orakel des Zeus zu Dodona. Genau! Ein Beitrag zur Religionsphilosophie von Ernst von Lassol. Professor der alten Literatur und Rektor der Julius-Maximilian-Universität zu Würzburg. Zum Antritt des Rektorates in der akademischen Wikiaula am 14. Dezember. 1840, das ist eine Vorlesung vom 14. Dezember 1840. Würzburg bei Feucht und Mocker. Das Pelastische Orakel des Zeus zu Dodona. Es gibt in der ganzen Altertumswissenschaft kaum eine schwierigere Aufgabe als die Erklärung der Orakel und des unter verschiedener Form bei allen Völkern in allen Zeiten vorkommenden Glaubens, dass das zukünftige vorhergewusst werden könne. Keines der alten Völker, die Hebräer, nicht ausgenommen, war mehr von diesem Glauben erfüllt als die Griechen, die im Ganzen betrachtet vorzugsweise als die Repräsentanten geistig freier Lebensentwicklung in der Geschichte dastehen. An durchgängige Täuschung und absichtlichen Trug bei allen angeführten Tatsachen zu denken, wäre unhistorisch und unpsychologisch. Denn es würde damit behauptet, dass das geistreichste Volk und seine grössten Denker die betrogenen Spielwerke weniger Priester gewesen, dass diese selber ein Teil des Volkes waren, würde übersehen und nicht bedacht, dass man auf solche Weise der Lüge Kräfte zuschriebe, die man zur Wahrheit nicht zutraute. Es muss daher die gemeinsame Voraussetzung aller wissenschaftlichen Forschung, dass Vernunft, sei in dem, was erforscht werden soll, auch hier stattfinden. Die Alten selbst, die was sie erlebt, vielfach durchdacht haben, unterschieden in ihrer Mantik zwei Hauptarten, eine natürliche und eine künstliche Weisssage. Kunst, sagten sie. Wenden an die Neues durch Schlüsse zu ermitteln suchen, nachdem sie Altes durch Beobachtung erfahren haben. Kunstlos verfahren die nicht aus äußeren Zeichen, sondern durch innere Kraft der Seele das zukünftige vorempfinden. Die künstliche Weisssage beruhte ganz auf Zeichendeutung und dem Glauben, dass die Götter, die ihrer Natur, nach das Vergangene und Kommende wie das gegenwärtige Wissen, aus Liebe zu den Menschen und ihren Bitten entsprechend, durch äussere Zeichen, Unweia. Ich schreibe es kurz auf. Da habe ich die genaue Aussprache nicht kennen. Das Bevorstehende ankündigen, damit die Menschen sich, wenn sie wollen, danach richten können. Solcher Zeichen nun, welche nichts anderes seien als Werkzeuge des göttlichen Willens, unterscheiden die Griechen vier Klassen. Oliwoolvögel. Hynäa, oder Hynäa, Stimmen? Hynäa. Hynäa. Also ich kenne die genaue griechische Aussprache nicht und aus dem Grund, ich versuche etwas und dann überlege ich mir, ob das irgendwie nach dem klingt, was man Aschuk hört hat. Hynäa, Stimmen. Und dann kommt, zu betreffende Begegnisse. Und das schreibt sich folgendermassen. Zutreffende Begegnisse. Und Oder Opferzeichen. Aus dem Flug und den Stimmen der Vögel zu weiss sagen. In Klammern. Ich schreibe das gerade hier oben. Und dass es ein bisschen zusammengeht. Oliwoolvö. 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 Verehrt. Na wo ich. Paios? Ich weiss nicht. Verehrt. In die Kategorie der Ofu, đo, Oliwoolvö. Oliwoolvö. In der Kategorie der Begegnisse zählte man sowohl die vorbedeutenden Zeichen, welche man aus der Begegnung gewisser Tiere schöpfte, als überhaupt alle außerordentlichen Naturerscheinungen, Donner und Blitz, Sonnen- und Mondfinsternisse, Erdbeben, Blutregen und jegliche ausfallende Missbildung, in welchen Erscheinungen man nach dem Grundsatz, dass alles Lebendige in substanzieller Wesensgemeinschaft stehe, im tiefes Mitgefühl der Natur mit den menschlichen Schicksalen zu erkennen glaubte. Denn dass zwischen dem Irdischen und Himmlischen eine Sympathie stattfinde, ist uralte Lehre. Die Divination aus Tieren geweihen, geweiden, Tiere eingeweiden, endlich. Die Divination aus Tiere eingeweiden, endlich. Da kommt ein Klammer. Die Divination aus Tieren geweihen, noch etwas mit Teea. Yukkuma Teea. Yukkuma Teea. Dann geht es weiter ähnlich, ist Ende verstarrt, andere Endung. Yukkuma Teea. Yukkuma Teea. Yukkuma Teea. Also Training, Wohrtraining findet hier statt. Hier und hier. Die Divination aus Tiere eingeweiht, endlich. Die sich bei allen heidnischen Völkern des Altertums findet, hing aufs Engste mit den Tieropfern zusammen, die ursprünglich stellvertretend statt menschlicher dargebracht wurden. Da nämlich das Opfertier stellvertretend den Menschen bedeutete, so glaubte man, dass eben darum sich an den Tiereingeweihten sichtbar sein müsse. Wie die Eingeweihte dessen, der das Opfer darbrachte, beschaffen sein, so dass wenn dem Tier etwas fehlte, was zum Lebendigen notwendig war, geschlossen wurde, dass auch der Lebensfaden des opfernden Menschen abgelaufen. An wohlbeglaubigten Tatsachen, welche für die Realität dieser verschiedenen Vorzeichen angeführt werden, fehlt es nicht. Die Werke der Alten, insbesondere ihrer Historiker, sind voll davon. Ebenso, ja noch mehr, konstatiert sind die Tatsachen der natürlichen Weissagung aus prophetischer Bewegung der Seele. Einstimmig behauptet hier das gesamte Altertum, dass es ein Wissen, des in Raum und Zeit Entfernten gebe. Dass den Göttern solches Wissen inwohne, sagen sie, unterliegt keinem Zweifel, denn sie sind ihrer Natur noch frei von ihren Schranken. Aber auch die menschlichen Seelen, weil sie göttlicher Natur sind, waren ursprünglich vom Zwange der Zeit nicht umschlossen. Erst seit sie in einem vorirdischen Leben gesündigt, in die irdische Geburt herabgestürzt und mit Körpern verbunden und vermischt sind, ist ihre ursprüngliche Sehkraft getrübt. Gänzlich verloren aber haben sie dieselbe nicht, denn sie ist ihnen eingeboren und unverlierbar. Wie die Sonne, sagt ein alter Schriftsteller. Wie die Sonne, sagt ein alter Schriftsteller. Nicht erst dann, wenn sie aus den Wolken hervortritt, glänzend wird, sondern es immer ist und nur wegen der Dünste, die es umgeben und finster vorkommt. So erhält auch die Seele nicht erst dann, wenn sie aus dem Körper wie aus einer Wolke hervorgeht, das Vermögen in die Zukunft zu sehen, sondern besitzt dieses schon jetzt, ist aber durch ihre gegenwärtige Vermischung mit dem Sterblichen gleichsam geblendet. Da ihr also die mantische Kraft angeboren und unverlierbar inwohnt und im gewöhnlichen Zustand des Lebens nur latent ist, so kann sie erregt von einer höheren Macht oder wenn wodurch immer die Macht des Körpers depotenziert ist, in einzelnen lichten Momenten des gegenwärtigen Lebens manifest werden, vorzüglich in solchen Zuständen, in denen die Seele am wenigsten Gemeinschaft mit dem Körper hat, von seinen hemmenden Fesseln so viel möglich befreit und fähig ist, das Wesen der Dinge zu schauen. Solche lucida Intervalla nun in der Nacht des gegenwärtigen Lebens treten oft im Schlaf und Traum in der Nähe des Todes und in den verschiedenen ekstatischen Zuständen ein, welche letzteren teils durch göttliche Einwirkung, teils durch physische Einflüsse, begeisternde Quellen und Erddünste vorgebracht werden können. Ihren letzten Grund nach dem Glauben der Vorwelt haben alle diese erhöhten Zustände in dem Willen der Gottheit, welche darin die Seele an ihrem eigenen göttlichen Wissen teilnehmen lässt, sie je nach ihrer Fähigkeit bewegt und ihr Bilder der Zukunft zeigt. Ich tue das hier unterteile, ich will die Videos so kurz wie möglich halten, ich will nicht über eine Viertelstunde gehen. Das ist jetzt einmal Teil 1. Dann geht es weiter mit Teil 2. und dann geht es weiter mit Teil 2. Dann geht es weiter mit Teil 2. Dann geht es weiter mit Teil 2. dann geht es weiter mitteil 2. Dann geht es weiter mit Beatles,